Herr Erzbischof, am 25.03. um 10.30 Uhr ist ja wieder Krisam-Messe im St. Mariendom. Aber was ist denn eigentlich eine Krisam-Messe? Krisam ist eines der Öle, das im christlichen Gottesdienst eine Rolle spielt. Eigentlich müsste man diese Messe die Ölmesse nennen, weil in ihr nicht nur das Krisam-Öl gesegnet und geweiht wird, sondern noch zwei andere Öle, nämlich für die Krankensalbung und für die Katechumenen. Das sind die, die Christen werden wollen, aber das Krisam ist sozusagen das Bedeutendste und deswegen hat sich wohl dieser Name Krisam-Messe dafür eingebürgert. Und nur einmal im Jahr werden sie geweiht und das ist in der Karwoche normalerweise am grünen Donnerstagmorgen, aber wir machen es schon an dem 25. morgens und das immer in der Domkirche. Und deswegen ist es eigentlich die Messe für das ganze Bistum, weil ja irgendwie jeder irgendwann mal von diesen Ölen berührt wird. Von daher ist das die Messe für das ganze Bistum, nicht nur für Priester und Diakone, die sozusagen mit diesen Ölen arbeiten, sondern für die, die es empfangen. Und deswegen lade ich alle aus unserem Erzbistum ganz herzlich an diesem Morgen in den Mariendom zur Ölweihe-Messe ein.